Ich bin so Alive Ich fühle so Alive Ich bin so Alive Ich bin so Alive Ich bin so Alive Ich bin so Alive Okay Ich glaube ich mal Ja 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 Okay, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar Spiel mal zu Survival Games mit Kimmy Und Norris im TS Hi Und Norris ist einfach so laut Das habe ich voll vergessen umzustellen Egal Nee nee Also, du musst dich jetzt nicht leiser stellen Ich hab dich nur Ich rede eh nix Alles klar, versuch grad das zu fixen oder was Nein, ich bin einfach nur still Alles klar Oh, wo bist du denn hin gerade? Ich hab dich gefunden, hi Ja, nimm mal Jetzt gehen wir direkt auf den Typen Was? Bin ich hier? Oh Gott Ich hab mal bis jetzt Nein Fängt schon mal gut an Echt? Nein Mit der Hand Na? Hey, ich hab ihn sogar bekommen Na? Hey, ich hab ihn sogar bekommen Oh, du machst einfach die Kippe Ich weiß nicht Ähm Okay Ähm Oh mein Gott Oh mein Gott, das ist ein 3er Team Oh mein Gott, das ist ein 3er Team Wieso sterben? Ey, Mann One Hit, weiß nicht Was? 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 Oh mein Gott, oh mein Gott miss Whoa how Biss Oh, mach das nie wieder. Oh mein Gott. Hast du kein Schwert? Oh mein Gott. Nee, müssen die die. Okay, das gibt jetzt Sache. Ich bin nicht gestorben, ich bin disconnected. Oh. Egal, das gibt jetzt Sache. Ich war da für heute. So, hab ihn. Und dafür hast du mich gehasst. Alles klar. Ich hab mich halt voll erschrocken. Beemste, wenn du ja kriegst bisschen Money. Alles klar? Nee, ich stür nicht. Ah, jetzt hab ich's. Alles klar. Braucht ich nicht. Doch, eigentlich brauche ich dich schon. Also, naja. Muss das immer sein? Dreck mich immer so zu Tode. Mein Gott. Ich wusste gerade, dass du da bist. Ich hab mich erschrocken. Mach mal irgendwas draus. Nimm das. Alles klar. Das und crafte. Ich hab kein Holz. Hast du Holz? Kannst du mir einen Weg nach oben baust? Was? Hä? Du hast gesagt, du farmst zu Stein? Doch, nein, ne? Ne. Danke, dass du durch bist. Danke, dass du durch bist. Sorry. Oh Mann. Schon okay. Ach Mann. Was denn? Da kommt irgendein Ding vor uns gleich. Gehen wir da hin. Na ja, fest. Na ja, fest. Was? Den beiden? Ach Mann. Ach Mann. Konnten wir nicht irgendwas zusammen machen? Tch. Ach Mann. Wahrscheinlich juckt mich der Win. Ja, ich weiß. Aber ich wollte irgendwas hauptsäm irgendwas machen. Tch. Alles klar. Ach Mann. Ich geh. WP. Good job. Okay. Das war schönes Abenteuer heute. Auf jeden Fall. Ich bin nicht am Rand. Was ein Wunder. Du bist rechts. Hallo. Hi. Hallo. Das hat bei uns gerade geklingelt. Aber ich hab nicht das Bedürfnis aufzumachen. Ich bin runtergefallen. Oh, ich bin so nochmal runtergefallen. Nein. Ich hab nicht gefunden. Was? Was? Ich wurde gebuckt. Unfair. Nee. Reportet. Oh mein. Ich reporte Minecraft. Ich reporte den Server. Okay. Ich hab's geschafft. Hallo. Nein. Was mache ich? Oh mein. Ich krieg schon wieder so. Ah. Ah. Schmerzen. Alles gleich im Wunderbärchen. Was? Ich wurde zurückgepackt. Die Server hat was gegen mich. Nein. Nein. Warum fahren denn der Zwischwurm vom Jackpot? Ich sag's. Ich bin auf der Blacklist. Ja. Wahrscheinlich bist du weiter. Ja. Wir hängen beide an derselben Scheiße. Mann. Hör bitte aufhören so unfreundlich zu gehen und sprühen zu sein. Was? Das ist noch nicht so schwierig. Ich hab's geschafft. Ich bin Jesus. Was? 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 Ich geb. Ich bring mich um. Ich. Ich. Ich suicide. Bin dir runtergefallen Alter und Mati. Ich so is. Könnten wir beide das nicht einfach schaffen. Ey. Mann. Weißt. Ich fail halt nicht. Nein. Oh. Das tut grad voll im Herzen weh. Nice. Hast du nen Fall noch geschlossen? Hm. Ja. Aber. Ja. Ja. Ein Fall weniger. Ja. Nice. Schwert. Oh mein Gott. Oh. Ja. Nice. Wie viel Leben hattest du? Zwei. Ich glaube nicht. Also mach das mal. Okay. Ich hab wieder voll. Ja. Ja. Ich hab wieder. Trale. Ja. auf jeden fall hoffe ich hat euch gefallen wenn ja dann das eine positive bewertung da wenn ich dann halt nicht wir sehen uns im nächsten video und goodbye